Oh, Sackler Schuster von außen an Freund und Feind und Feindig an Brendan Maxwell vorbei. Auch McCauley den kleinen Stütze spielt, wenn er da rausgeht, kommt Kugler rein und erst zum Abflug. Was bedeutet Ihnen Spieler? Tobias. Los geht's. Es gibt die erste gewisse Vorgaben bei der Karte. Da haben wir das Tor für Brieschen. Ja, steht er im Slot. Allein. Komplett allein, kann sich die Ecke aussuchen. Friviro. Wack ist jetzt Joggen. Andrew Joggen mit dem 2-2. Das ist ja wieder von Andrew Joggen. Zitter. Der ist die. Der MacLeal. Corneli zieht ab und Corneli erhöht sich für den E-Fall. Sekunden vorher noch einen richtig harten Hit eingesteckt von Schütz. 3 auf 2 für Glücklichkeit für die Füchse. Steidl. Corn. Das ist genau das, was du auch gesagt hast. Effizient muss zu sein. Gefühlt in den ersten Kornschuss machen wir ja das 1-0. Steidl ist jetzt. Steidl ist frei. 2. Und da ist der Aussteig. Nicht ohne. Scheibe und Rebound möglichkeit. Schnappaktor vorbei. Oh, jetzt bremst sie. Und dann Klingel. Wiener. 2-0-1 Pirat. Ja, so frei darf sie nicht stehen. Die Stabung der Treffer. Baby. Huuu. Da war nicht mit dem Schuss gerechnet. Delta kommt der Pass. Beta. Sicht genommen vom Marvin Schuh. Bergman mit Gesari. Kann sich die Scheibe erobern. In der Mitte lag Lewis und der gleicht aus. Und der gleicht aus. Und der gleicht auch heute mit dem Schuss. Und der gleicht aus. Wieder. Zum 2 zu 2. Zu. Södler ist in der Trass jetzt von dem Kniff. Södler zieht. Södler ist in der Kroppast. TOOORN! Joonies gewollt jetzt! Dominik Walsch führt zum Game Winner. Von Spiel 7.